Norddeutscher Rundfunk 2021 So, ihr drei. Hallo. Wie läuft's? Intensiv, würde ich sagen. Sehr intensiv. Es ist ... ... nicht möglich. Bis am 6. alles so zu machen, wie das Ihre Idee ist. Also, das stehst nicht dahinter. So, wie Sie es gedacht haben, wird das nicht klappen, nein. Das hat Daniel Buhmann schon gedacht.